der sich jetzt auch noch höher die super league qualifiziert hat und dort versucht vielleicht noch mal ein comeback und ja das ist die doppel 9 gewesen jetzt mal kurz den check für marco die wollen wir nicht verwehren also die doppel 9 und 10 und die macht da rein mit einem common ist er im spiel 1 zu 1 niklas versucht noch mal die 54 und er macht einem lauten common ist die 2 1 führung da doppel 10 für niklas zum sieg und doppel fünf wo ist der knapp jawohl das ist der sieg niklas gewinnt das gegen 321 wieder erfolg weiter niklas